Endlich Rentenerhöhung beschlossen. Wie Sie ja wissen, war es lange geplant. Nun ist es endlich soweit. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 14. Juni 2024 endlich die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2024 beschlossen. Bedeutet also, dass viele Millionen Rentnerinnen und Rentner zum 1. Juli 2024 4,57% mehr Bruttorente erhalten. Es handelt sich bei dem Beschluss des Bundesrats zwar nur um eine Formalität, aber theoretisch hätte der da können auch noch gegen die Erhöhung intervenieren. Gab es zwar soweit ich weiß noch nie, aber wie sagt man so schön, sagt niemals nie. Aber sei es drum, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Bundesrat hat nun zugestimmt. Er hat, ich zitiere Ihnen da einfach mal, beziehungsweise ich lese Ihnen das einfach mal von der Homepage des Bundesrats vor, nämlich aus dem Tagesordnungspunkt oder den Tagesordnungspunkten der 1045. Sitzung am 14. Juni 2024. Und da haben die Länder unter anderem acht Verordnungen aus der Feder der Bundesregierung zugestimmt und darunter auch die Erhöhung der Renten zum 1. Juli 2024. Meine Damen und Herren, nun ist es amtlich. Sie können sich, auch wenn sie nicht so hoch ausfällt, wie erhofft, aber Sie können sich nun endlich auch amtlich auf Ihre Rentenerhöhung zum 1. Juli freuen. Das wollte ich Ihnen in diesem kurzen Video einfach mal mitteilen, damit Sie auch beruhigt sein können, was die Rentenerhöhung angeht. Ja, von mir soll es das für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns natürlich in meinem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.